Also es gibt jetzt endlich einen offiziellen Post zu BWL, was glaube ich... Wann kommt das raus? Nächste Woche, richtig? 29. Kommt, glaube ich, BWL raus. 26. Sorry. Und da gibt es jetzt endlich einen richtigen Post zu, was geändert wird, was kommt. Also Content Post. Nicht jetzt Balance Changes, sondern Content Post. Und das ist der hier. Und da sind ein paar interessante Sachen dabei. Auf jeden Fall wissen sie, woran es ein bisschen mangelt, sage ich mal. Poste ich euch hier rein, natürlich. Das ist ja der Beschreibung. 26. Und es kommt wieder nachts raus bei uns. Das wird wahrscheinlich wieder nachts rauskommen. Ist der BWL-Raid und der ZG-Raid, kommt beides. Und das ist der BWL-Raid. Der wird ja, wie wir schon wissen, in 20 bis 40er-Raid. Das heißt, ihr könnt mit 40 Leuten rein. Aber erst getunt für 20 Leute. Müsst ihr entscheiden. Entweder einfacher Rain oder mehr Loot. In dem Sinne, weil ja der Loot mehr verteilt wird. Dann haben wir diese Raid-Widen-Effekte. Ja, die habe ich mal gezeigt in einem Video. Man kann so ein bisschen, ein bisschen wie in M+. Diese zusätzlichen Schwierigkeitsgrade, dass da Orbs runterfallen oder irgendwie sowas. Ja, kann man damit einstellen. Und wenn man mehr Effekte aktiviert hat, kriegt man wohl mehr Loot. Ja, so ist das. Bis zu drei Effekten wohl. Dann haben wir, ja genau, das war hier getunt für 20, aber du kannst mit 40 Leuten rein. Das heißt, wenn ihr eine Gilde seid, die 24 Leute habt, ihr könnt raiden gehen. Vier Leute müssen nicht auf die Bank. Und irgendwas steht hier drinnen mit irgendwie additional Discoveries in BWL drinnen, was das sein soll. Keine Ahnung. Dann haben wir Tier 2. Itemization wird geändert. Hatte ich auch schon drüber geredet auf dem PDR. Und zwar die Tier 1 Sets. Die es gibt, da sind ja viele Sets dabei, die einfach sehr cool sind. Die Leute wollen weiterhin Tier 1 Sets spielen. Es wird geben Tier 1 Sets mit den Sets von dem Tier 2 Set. Also es gibt im Effekt für jeden Speck zweimal einen Tier 2 Set und das eine davon hat Tier 1 Set Bonus drauf. Dann gibt es dazu natürlich neue Appearances, also das andere Aussehen und so weiter. Was wichtig ist, es gibt eine Tier 2 Arm Schiene. Die könnt ihr kaufen für die Token in STV, also im Schlingdorntal unten, in Booty Bay. Das heißt, ich würde 100 Token farmen. Da kann man nämlich eintauschen für die Arm Schiene wohl. Außerdem, hier, da steht es mit dabei. Die 2 Bracers, alle Klassen. Und Relikte für Druiden, Paladin und Shaman. Also wenn ihr Druide, Paladin und Shaman seid, wollt ihr noch mehr haben. Also mindestens 100 Farmen. Ich glaube, mehr geht auch aktuell nicht. Kann man schon mehr als 100 fahren? Schauen wir gleich mal rein. Ich gucke mal kurz nebenbei. Ansonsten gibt es ja diese Blackrock Eruption Events. Ja, die kennt ihr ja, wo man die Dailies machen kann. Und da kann man jetzt diese Firelands Ambers für Essenzen eintauschen. Ja, Essenz des Feuers, Essenz der Luft und so weiter. Dinge sind nicht wirklich viel wert. Ja, die kosten 3, 4 Gold nur noch. So, ich gucke mal rein, ob man diese Tarnisch-Dinger... Ne. Also die Tarnisch-Dinger könnt ihr nur bis 100 vorfahren. Und der Preis für das Token war auf dem PTR 125. Es kann aber auch sein, dass er runtergesetzt wird auf 100. Also dafür könntet ihr 2 kaufen. Davon würde ich 100 fahren, wenn ihr wollt. Und die könnt ihr eintauschen gegen Essenzen. Es kann auch sein, dass sie es auf 100 runtersetzen oder so. Wer weiß. Gut. Dann haben wir ZG mit drin. ZG wird... Haben wir gemacht. Ich habe ZG geklärt auf dem PTR. War nicht wirklich schwer. Es gab auch keine wirklichen Änderungen. Ich würde sagen, ZG ist einfach nur so ein Raid zum Catchen. Ja, da gibt es guten Loot. Für manche Specs richtig guten Loot. Das Droiden-Selt ist zum Beispiel insane da drin. Geht 10 bis 20 Leute. Ihr könnt mit 10 Leuten reingehen. Könnt ihr aber auch 20 Leute mitnehmen. Dann gibt es hier neue Rewards. Der Loot ist angepasst. Der ist gut. Und... Wir haben hier... HK hat immer noch diese neue Mechanik. Wenn mehrere Zalander-Prieste live sind. Den Hard-Mode. Den Original Hard-Mode. Den es auch damals schon gab. Und irgendwas mit Powerful Space-Streeder. Aber ich denke, dadurch wird wir dann diese Bloody-Items bekommen. Aber die Items von dem Hard-Mode sind nicht besser. Ja, da müsst ihr dran denken. Außerdem kann man anscheinend Edge of Madness Encounter... Das ist dieser Encounter, der immer random war pro Woche. Da kann man jetzt aussuchen, welchen man machen will. Ja, das ist so ein Encounter, den man summonen muss. Ist nicht das Angel-Ding. Ihr könnt angeln lernen, by the way. Das ist das Ding für den... Für den Summon-Boss. Da kann man jetzt aussuchen, welchen man nimmt. Finde ich ganz gut. Dann haben wir Simplified Rune Discovery. Das ist für die Alt-Chars. Es gibt jetzt auch wieder mit dem Token, was ich gerade eben gezeigt habe. Mit dem Real-Token hier. Davon gibt es jetzt. Ja. Runen für deine 2-Chars. Nicht alle sind drin, aber es sind so Sachen, die nervig sind. Dark Riders ist drin, Wild Gods ist drin, Delay-Linien. Dusk Feather ist die im Arati-Becken. Arati-Hochland. Solche sind drin, aber es steht drin, such as. Also es müsste noch mehr sein. Aber auf jeden Fall sind einige Runen drin, die sonst sehr nervig sind, zu bekommen. Dann neue Item-Discoveries. Das sind die Dinge, haben wir auch schon drüber geredet. Das sind die Klass-spezifischen Items. Ich glaube, Hunter hat keine wirklich bekommen, außer Millie-Waffen, weil Hunter hat ja Rock-Dellar. Genau, wie Shadow-Priester und Priester, die haben ja den Stab aus MC. Ich habe den Namen vergessen. Aber alle anderen Klassen haben gute Items bekommen. Also Shaman hat ein Schilde bekommen, Warrior hat ein Schild bekommen. Rogue hat, glaube ich, einen Dolch oder ein Schwert. Und da gibt es dann wahrscheinlich einzelne Questreihen für. Und dafür sind auch diese angekündigten Dungeon, die nirgendwo drinne stehen, die sind wahrscheinlich für diese Item-Discovery. Und es sind keine Dungeon anscheinend, es sind so eine Szenarien. Aber muss man auf sich zukommen lassen. PvP-Updates. Das ist wichtig. Anscheinend tun sie wirklich was. Sie haben gemerkt, dass nicht ein BG aufgegangen ist. Und zwar, wir können jetzt auf Rang 12 wahrscheinlich. Nur so wie es aussieht. Aktuell ist Rang 10, dann scheint Rang 12. Und man kriegt jetzt wohl mehr Ehre, wenn man die Marken abgibt. Also Markentörne. Man kann immer drei Marken abgeben für Ehre, da kriegt man wohl mehr jetzt. Außerdem kriegt man mehr Marken, wenn du WSG und Errati-Becken verlierst. Jetzt frage ich mich aber, wenn man mehr Marken hat im Loss, da müssen ja zwei sein. Also anstatt einer Marke bekommst du zwei, right? Naja, ob das irgendwas ändern wird, ob was anderes als Alterac Valley gespielt werden wird, deswegen, I don't know. Aber du kriegst auch mehr Honor in Battlegrounds. Also vielleicht erhöhen sie auch die Ehre in Battlegrounds drin. Also in BSG und Errati-Becken. Bin gespannt. Ja, es wäre cool, wenn die BGs mal wieder aufgehen würden. Und more surprises ahead, blablub. Also, es gibt einen neuen Raid, haben wir schon drüber geredet, den Donnerfury Raid, Thunderfury Raid. Und zwar ist das ein Raid-Boss in Silithus. Ja, da müsst ihr wieder durch ein Portal, ähnlich wie bei Kazak zum Beispiel. Und der droppt, also bis zu 40 Leute. Und der droppt ziemlich geilen Kram. Ja, der droppt so einen Thunderfury-Dolch und solche Dinge. Außerdem muss man den machen, es steht hier mit dabei, you'll be able to learn this legendary weapon, blablabla. Manche Leute denken, man kriegt extra Bindings, glaube ich aber nicht. Naja, ich glaube, die reden eher über diesen Thunderfury-Dolch und so. Auf jeden Fall kann man den jetzt einmal wöchentlich machen oder zwei wöchentlich, je nachdem. Und Demonfall Canyon, das ist der Dungeon, der neue. Der neue Dungeon in Ashenvale. Der hat noch einen neuen Boss mit drin anscheinend. Weil der, was es sein mag, keine Ahnung. Und das sind die Sachen, die kommen. Also im Endeffekt kommt, im Endeffekt kommen die beiden Raids. Mehr kommt im Endeffekt nicht. Es kommen beide Raids, es kommt noch ein World-Boss, der nicht viel sein wird und die Updates sind halt, whatever. Bin gespannt, dass es der neue, neue Stuff da reinkommt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.